Ja, also ich persönlich, ich verstehe das Problem nicht ganz. Wenn die Herrschaften mich jetzt bitte durchlassen würden. Entschuldigung. 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 Ich würde ehrlich sagen, die Rolltreppe steht, aber das ändert ja nichts an der Situation. Das ist ja alles Kopfsache. Das Runtersteigen geht, aber ich weiß nicht, kennen Sie das? Wenn man die Rolltreppe, die stehende Rolltreppe auf geht, dass es Ihnen schlecht wird? Und wenn ich da ein bisschen zu spät komme? Da geht's. Da geht's. Kann man. Also allmählich bekomme ich einen hungener Manfred. Ja, wir sind eh gleich zu Hause, nur ein paar Stufen noch. Sie bleiben dann halt auch mit der Rolltreppe einfach stehen und stehen da rum, oder was?